Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Venom Teil 3 The Last Dance von Kelly Marse. Wenn man sich von der irrigen Annahme freimacht, der dritte und letzte Teil der Venom-Reihe möchte eine auch nur annähernd sinnvolle Geschichte erzählen, kann man die eigentliche Struktur des Films sich erschließen. Legen wir aber zunächst den Weg dorthin frei. Null, der Schöpfer der Symbionten, ist mächtig sauer auf Venom und hetzt deshalb einen Xenophagen hinter Venom und seinem Wirt Eddie her. Eddie, gespielt von einem trägen Tom Hardy, sitzt unterdessen mit seinem Parasiten Venom in einer Cocktailbar in Mexiko und reist mal rasch durchs Multiversum. Bald brechen beide dann auf, unternehmen einen Roadtrip durch Nevada. Dort treffen sie auf eine Hippie-Familie. Sie singen gemeinsam in einem Van Space Oddity von David Bowie. Irgendwann kommen sie in Las Vegas an, um dort auf eine alte Bekannte zu treffen, mit der sie zu Abbas Dancing Queen tanzen. Anschließend geht es zu einer geheimen Militärbasis, in der von Null geschickte Symbionten allerhand Porzellan zerschlagen. Dann heißt es auch schon Abschied nehmen, denn dies soll der letzte Venom-Film sein. Tom Hardy hat es versprochen. Hoffen wir es, denn dieser dritte Film ist eine einzige Unverschämtheit. Die Spezialeffekte sehen teilweise so aus, als hätte man aus Zeitgründen einfach die Rohversion genommen und nicht mehr fertig bearbeitet. Die sich ständig transformierenden Symbionten wirken, als habe die KI zu viele schlechte Alien-Filme geguckt. Das Drehbuch, das von der Regisseurin und von Tom Hardy verfasst wurde, ist nicht nur voller stumpfsinniger, langweiliger Dialoge, es erzählt auch keine kohärente Geschichte. Der erwähnte Bösewicht Null findet nur am Anfang des Films kurz statt und dann hat man es auch schon wieder vergessen. Das Gezänk zwischen Wirt und Symbiont kennen wir aus dem ersten und zweiten Teil. Es ist zu Gnüge durchgespielt. Die Handlung ist so unsinnig, dass man sich nicht die Mühe machen kann, nach Logik zu suchen. Hollywood kann immer weniger Geschichten erzählen. Wie kann das geschehen, fragt man sich. Mag sein, dass Tom Hardy und Kelly Marcell das Drehbuch verfasst haben. Sicherlich aber mussten sie Anweisungen befolgen. Es geht immer um die Optimierung von Zuschauersehgewohnheiten. Alle Minute muss sich etwas ändern, muss eine neue Stimmung wie per Knopfdruck erzeugt werden. Denn ständig soll der Zuschauer mit irgendetwas gereizt werden, wie beim Doomscrolling mit dem Smartphone. Es gibt noch ein weiteres Problem. Venom will auch noch ein Familienfilm sein. Und so versucht man ein paar Steven Spielberg Momente zu schaffen. Das gelingt an keiner Stelle. Und dann sollen auch noch die Comicfans mit ihrem Nerdwissen froh gemacht werden. Eigentlich ist es ja eine nach wie vor interessante Thematik, dass das Fremde in einem selbst sitzt. Aber der Film gibt sich keine Mühe, überhaupt einen Gedanken darauf zu verschwenden. Wir sollten jedoch nichts so tun, als sei der Film ein gescheitertes Experiment. Denn hier wurde ja gar nichts versucht. Man hat sich sehr bewusst dafür entschieden, dass der Film eine solche Struktur hat. Man muss zwar ein wenig Handlungsballast mitschleppen und auch damit die Fans dann glücklich machen, damit sie in Internetforen weiterhin an dieser Comicmythologie stricken können. Aber dieser Film ist an sich auf den absoluten Massenmarkt zugeschnitten. Bei Sony glaubt niemand, dass der gewöhnliche Zuschauer weiß, wer der Bösewicht Null ist und in welchem Verhältnis er zu den Symbionten steht. Ja, die meisten Zuschauer werden nicht einmal wissen, was Symbionten sind, sondern sich nur erinnern. Venom? Das ist doch, wo Tom Hardy immer so lustig mit sich selbst spricht. Wenn man seinen Kopf von den rudimentär ausgeführten Handlungssträngen frei macht und auch das Marvel-Multiversum einmal vergisst, gelangt man zum Eigentlichen. Dabei ist nicht gemeint, dass man den Kopf ausschalten soll. Das wird häufig von Liebhabern dieser Filme gefordert. Dann erst könne man die Filme richtig genießen. Aber auch diese Leute schalten ihren Kopf ja nicht wirklich aus, denn sie verzichten nur darauf, gewisse Dinge zu beachten, wie beispielsweise eine logische Handlung. Dennoch verarbeitet das Gehirn ja das Gesehene. Es geht ja gar nicht anders. Gedacht wird also immer. Hier wird es aber interessant, wenn man sich fragt, was wird gedacht? Was wird eigentlich ankommen bei einem solchen Film? Um das zu beantworten, sollten wir erst einen Schritt zurückgehen. Vor dem Film, da sah ich nämlich einen Werbespot des Drogeriemarkts Rossmann. Dieser warb dafür, dass es ein vorbildliches Unternehmen ist, in dem sich die Arbeitnehmer wohlfühlen. Und um dies zu demonstrieren, sah man, wie Mitarbeiter von Rossmann vor einer Kamera sitzen und wie diese Mitarbeiter Briefe vorlesen, die sie von ihren Kollegen erhalten haben. Kollegen schreiben an Kollegen und teilen dort mit, du bist der Beste, du denkst immer an alles, du gibst mir Kraft, Hoffnung, Mut, was auch immer. Solche Liebeserklärungen. Zu Tränen gerührt, lesen diese Mitarbeiter von Rossmann dann die Briefe ihrer Kollegen vor. Und danach, auch das fängt die Kamera ein, fallen sie sich in die Arme, als hätten sie den Untergang der Titanic überlebt oder als hätten sie gerade einen Heiratsantrag gehalten. Überschwänglichkeit, wohin man schaut. Das ist eine Unternehmensstrategie, die uns sagen soll, es gibt gar keinen Antagonismus zwischen dem Arbeitgeber und den dort Angestellten, den Arbeitnehmern. Die Solidarität der Arbeitnehmer würde ja eigentlich dazu führen, dass man sich beispielsweise organisiert für einen Arbeitskampf. Stattdessen sagt uns aber der Spot, das Unternehmen selbst setzt den Rahmen, in dem all diese Solidarität, all diese Menschlichkeit stattfinden kann. Der Überschwang der Gefühle überdeckt den eigentlichen Widerspruch, der noch größer wird dadurch, wenn man liest, wie Rossmann in der Vergangenheit auf Leiharbeiter gesetzt hat. Einen Artikel dazu findet man in der Beschreibung. Was hat das nun alles mit Venom 3 zu tun? Wir haben hier einen Kino-Spot, dessen Botschaft lautet, in unserem Unternehmen gibt es echte Gefühle, wahre Solidarität, ein menschliches Miteinander. Ja, das Unternehmen ist der Garant für all diese Menschlichkeit. Zugleich weiß dann jeder das, ob Leiharbeiter oder nicht, es ganz schön hart und anstrengend ist, auf diese Weise seine Arbeitskraft zu verkaufen. Und zudem ist es auch nicht besonders gut bezahlt. Und wenn Entlassungen oder so etwas drohen, dann ist schnell vorbei mit all dieser Solidarität, die heraufbeschworen wird. Wir haben es also mit zwei Aggregatzuständen zu tun. Das ist einmal das Weiche und das Harte. Da ist der Kitsch und die Gewalt des Profits. Wenn wir uns Venom 3 ansehen, finden wir diese abwechselnden Aggregatzustände wieder. Prinzipiell ist diese doppelte Struktur schon in der Figur Venom-Eddy angelegt. Und gedoppelt wird diese noch einmal dadurch, dass Venom sich in ein schleimig-weiches Geschöpf verwandeln kann, aber auch panzerartige Gestalt annehmen kann. Darüber hinaus gibt es diese doppelte Struktur. Ja, sie bestimmt den gesamten Film. Der Film wechselt permanent zwischen dem Weichen und dem Harten hin und her. Der Zuschauer sitzt da, wird gestreichelt und wird wieder geschlagen. Immer abwechselnd. Tiefe Gefühle, dann wieder Blödelei. Im Minuten, manchmal im Sekundentakt geschieht das. Da singt man rührselig mit einer Familie zusammen das Lied vom Major Tom. Gleich darauf prügelt man sich. Da ist man gerührt darüber, dass man bald Abschied nehmen muss. Es waren doch schöne Zeiten. Und sofort in der nächsten Szene verteilt man Kopfnüsse. Hier ein süßer, wuscheliger Hund, der jault. Dort beißt Venom-Männern die Köpfe ab. Dort streichelt man, hier schlägt man. Erst Dancing Queen, dann Killermodus. Da die liebe Familie, dort das harte Militär. Brutalität und Kitsch wechseln sich auf perverse Weise ab. Ja, der ganze Film hat die Struktur weich, hart, sentimental und Vernichtung. Diese Sentimentalität auf der einen Seite, diese Rührseligkeit hat sich noch einmal deutlich verstärkt im Vergleich zu den anderen beiden Filmen. Und so sehen wir also diese permanent abwechselnden Szenen, die Sentimentalität und Vernichtung uns zeigen. Und der Film ist eigentlich darauf ausgelegt, dass keine kognitive Dissonanz entsteht. Dass wir genau dieses Abwechslende als völlig normal empfinden. Wir sollen sofort zum Modus übergehen können, den Feind zu töten, aber auch wiederum sofort bereit sein, den süßen Hund zu streicheln. Und so endet das Ganze damit, dass Eddie, der sich ja doch einiges hat zu Schulden kommen lassen, begnadigt wird. Ein Militär erscheint an Eddies Krankenbett und gewährt ihm Freiheit, solange er nicht über das Geschehene spricht. All das soll er für sich behalten. Eddie und Venom haben nämlich, so stellt sich heraus, bei all ihren vulgären Blödeleien, bei all dem Chaos, das sie angerichtet haben, im Prinzip immer den Staatsinteressen gedient. Und es war Venoms Wunsch, unbedingt die Freiheitsstatue zu sehen. Da soll diese Reise doch eigentlich enden. So hat man, wenn man Eddie ist, viel Härte abbekommen und hat auch selbst ausgeteilt. Jetzt aber darf man sich in den Händen des Staates sicher fühlen. Zum Schluss zeigt uns dann der Film auch die Freiheitsstatue. Die Untertanen nicken artig mit dem Kopf. Der Zuschauer erhält Kitsch und Abreibung gleichermaßen. Danach geht er zurück in den Alltag, in die Arbeitswelt, in den Drogeriemarkt, wohin auch immer. Und er ist ein bisschen froh, dort noch einmal verschont geblieben zu sein. Er schaut nur, aber sieht nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.